Obstkorb und Kicker beiseite, Platz für Studio Vechta. Gemeinsam ändern wir die Sichtweise auf klassische Marketingmaßnahmen und debattieren über zukunftsorientierte Kommunikation. In unserer Turnhalle stehen Nachhaltigkeit und hochwertiger Inhalt stets im Vordergrund. Dazu gibt es aber auch immer eine gehörige Portion Werbefails und aktuelle News rund um die vielfältigste Bubble der Welt. Und nun ab in die Turnhalle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Studio Vechta hier in der Turnhalle und jetzt in unserer kleinen TV-Studio-Abteilung. Und dem habe ich heute komplett kompetent sitzen. Und zwar ist es einmal die Lea Bergmann von Vorfarmers. Hi. Hallo. Und einmal der Julia, die kennen wir ja alle. Ich dachte, du meintest mich. Also gegen Lea kommst du nicht. Keine Chance. Keine Chance. Zumindest heute nicht. So, und das Gute ist, heute gehe ich mal total unbedacht in die Folge rein, weil es klingt gerade bei Telefon. Entschuldigt bitte, aber das ist ja live. Ja. Ja, so. Weil Julian hat das Thema quasi vorgegeben. Unsere Jill hat es dann ausgearbeitet mit Lea zusammen. Und was ist jetzt das Thema? Also Marketing versus Sales. Ich glaube, alle, die im Marketing arbeiten, kennen diese Beziehung. Teilweise liebt man sich, teilweise hasst man sich. Und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen, wie das bei Vorfarmers gelebt wird. Ich kenne es auch noch. Jetzt sind wir ja eine Agentur, wo wir so ein bisschen losgelöst davon sind. Aber wir hatten ja auch letzte Woche ein Sales Meeting, wo 30 Verkäufer waren, wo wir die Marketingaktivitäten einer Firma vorgestellt haben. Stimmt. Und da ging es auch heiß her. Also ich finde es ein super interessantes Thema auch für unsere Zuhörer, weil wir auch, ich weiß es, viele Vertriebler haben, die uns zuhören und zuschauen. Aber bevor wir da ins Thema einsteigen, würde ich einmal sagen, Lea, erst mal, wie haben wir uns kennengelernt? Und erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und was macht Vorfarmers? Wir haben uns kennengelernt. Wir haben uns vor zwei Wochen kennengelernt erst. Ganz frisch. Ganz frische Beziehung haben wir noch. Beim Marketing-Meetup von Moin Media, das hat hier bei euch stattgefunden. Das war echt ganz große Klasse. Das hat mir super viel Spaß gemacht und auch wieder Input gegeben für alle anderen Projekte, die jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr noch anstehen. Und da sind wir am Ende der Veranstaltung nochmal so in Kontakt gekommen und haben uns ausgetauscht über, ja, was mir eigentlich so auf dem Herzen liegt. Weil wir haben immer, wir sprechen über viele Projekte, viele Tools, die man anwenden kann oder sollte, Neuigkeiten im Marketing-Bereich. Aber was kommt eigentlich da vor? Das ist immer der wichtigste, der wichtigste Part. Wie nehme ich die Menschen, die Kollegen mit? Und ja. Also, da kann ich ja auch kurz mal spoilern. Ich habe dich dann direkt oder habe Jill sofort gesagt, ey, die müssen wir einladen, weil die brennt für das Thema Kommunikation. Und das ist auch der Grund, warum wir, ich meine, wir geben unsere Tourenhalle for free für solche Sachen zur Verfügung. Wir produzieren wöchentlich so einen Podcast, der auch rund um das Thema Kommunikation geht, weil ich dafür einfach brenne. Und Dennis auch und du auch. Und ich finde es einfach immer geil, wenn man solche Leute zusammenkriegt. Und ja, wie bist du denn zum Thema Kommunikation gekommen? Also du hast studiert, hast du mir vorhin erzählt und dann? Dann über Umwege, beziehungsweise im Studium habe ich mich schon spezialisiert auf Marketing und Kommunikation, aber dann in der Tierbranche sozusagen. Das war mir immer ganz wichtig, dieser Aspekt in der Tierbranche zu arbeiten. Und dann war ich mal hier, mal da, auch für Praktika, aber auch andere Arbeitgeber. Und letztendlich hat sich das dann so in den letzten vier Jahren so herauskristallisiert, dass ich wirklich nur Marketing und Kommunikation machen möchte und da auch bleibe, weil das, wie du gerade schon gesagt hast, da total für brenne und dann am Ende des Tages nach Hause gehe und mich fühle, als hätte ich gar nicht gearbeitet. Aber du gehst auch schon nach Hause und denkst weiter, oder? Ja, ich denke weiter natürlich. Ihr kennt das unter der Dusche beim Spaziergang. Aber erklär doch mal ganz kurz für unsere Zuschauer, was ist deine Firma? Also wo kommst du her? Unsere Firma, also Frau Farmers, macht Mischfutter für Tiere, also Nutztiere. Wir sind also in der landwirtschaftlichen Branche tätig, machen Futter für den Schweine-, Rinder- und Geflügelsektor im konventionellen und biologischen Bereich. Also Mischfutter ist das so wie, ich stelle mir morgens das Müsli zusammen und das ist mein Mischmüsli? Tatsächlich haben wir auch ein Müsli für Ferkel. Ach so, so bitte. Das gibt es tatsächlich, aber ja, in Pelletform, in allen möglichen Formen, Krümelformen, alles das, was der Landwirt möchte. Ach, das ist dann auch ... Individuell auch anpassbar. Sehr gut. Und ihr seid an der Börse. Also ich habe ja ein bisschen recherchiert. Also ich ... An der Börse? Also wir sind börsennotiert. Das ist schon ... Also ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber vor Farmers, das ist ja um eine Ecke hier von uns. Ja, ich war da auch schon ein paar Mal. Ich wusste aber nicht, dass die Börsennotiert sind. Ja, und man fährt da auch oft lang so. Und ich muss sagen, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass das so ein Riesenunternehmen auch ist. Willst du vielleicht auch mal kurz sagen, was macht ihr so an kommunikativen Sachen? Welche Kanäle seid ihr unterwegs? Wie sieht da eure Followerschaft aus? Was bespielt ihr sonst noch so vom Marketing-Mix an Themen? Alles. Der Klassiker. Der Klassiker. Muss ich noch mehr erzählen? Also wir sind ja europaweit tätig. Das macht es schon allein deswegen ein bisschen komplizierter. Dann ist unser Sitz in Holland. Das heißt, in allen Unternehmen, an allen Standorten und in allen Ländern fließt diese holländische Mentalität mit rein. Ganz klar. Mag ich sehr gerne, Holländer. Ja, perfekt. Ich auch. Und das, ja, wie sind wir aufgestellt? Also du meinst in Richtung die Kommunikationsabteilung in den Niederlanden, aber auch bei uns in Deutschland. Also was ihr in Deutschland macht, seid ihr auf LinkedIn? Ja. Wo seid ihr alle unterwegs? Ja. Was macht ihr da für Inhalte? Also, ja, wir sind auf LinkedIn. Genau, da habe ich gesehen. 30.000. Ja, das ist dann aber auch für europaweit, ne? Also so musst du, oder vor allem dann Deutschland, Holland, so musst du das sehen. Dann YouTube natürlich. Dann haben wir Instagram und Facebook. Was haben wir denn noch? Die Webseite fliegen die auch aus Deutschland oder? Ja, die fliegen wir auch aus Deutschland. Die ist auch jetzt auch ganz brandneu. Die sieht gut aus. Ich habe mir natürlich auch schon angeguckt. Ganz modern. Genau, was zu beachten ist. Total schwierig. Wir haben nicht nur ein Produkt, wir haben auch nicht nur eine Zielgruppe. Also das ist die Herausforderung auch nochmal obendrauf. Also Rinderkunden sind nochmal ganz andere Kunden als Schweine- oder Geflügelkunden. Ganz klar. Also das macht es so ein bisschen schwierig, auf Kanälen oft gut zu performen. Weil wir einfach andere Produkte, andere Herangehensweisen haben. Ja, das ist ja immer so, ne? Wenn die Zielgruppe so divers ist, versucht man alle zu erreichen, erreicht man dann gar keinen. Also so ist der Ort, wie heißt der nochmal? Was hast du, wo Frau Farmas ist? Langförden. Langförden. Ja, also die 80 Prozent wissen nicht, wo Langförden ist von unseren Zuhörern. Sag ich Fechter Langförden. Fechter Langförden. Der Nabel der Welt. Und das ist dann eure Headquarter, also eure Base? Für Deutschland würde ich das schon sagen. In Nordrhein-Westfalen haben wir noch einen Standort, der auch relativ groß ist. Dann in Osten und Hamburg. Aber ich arbeite wirklich viel aus Langförden heraus. Bin natürlich auch an allen Standorten und in Holland auch öfter mal. Aber ja. Oder allgemein zentrale tatsächlich Holland. Du bist dann quasi verantwortlich fürs Marketing. Genau. Und die Kommunikation. Okay. Genau. Ihr wundert euch wahrscheinlich schon die ganze Zeit, warum ich hier mit meinem Handy so rumverruchte. Weil du dir nichts merken kannst. Ja. Bei Zahlen, Daten, Fakten, ich möchte da nicht lügen oder irgendwelche Unwahrheiten. Also das heißt, wenn du im Mace kein Handy in der Hand hast und du sagst was, bezahlen, dann lügst du. Ja. Dann wird das Pima doppelt einen Daumen so. Okay. Aber das Thema ist ja heute Marketing versus Sales. Und teilweise denkt man ja auch, dass Marketing gleich Sales ist. Das ist ja bei vielen Vertrieblern so. Die fragen immer, ja, was ist dann hinten an der Hosentasche bei rumgekommen? Und ich habe mal eine Statistik mitgebracht von Statista. Also die ist auch credible. Und da war die Frage, welcher Nutzen ergibt sich durch den Einsatz von Social Media Marketing für ihr Unternehmen? Was glaubt ihr, welcher Nutzen das höchste war? Ich kann ja mal die fünf Punkte sagen. Also mehr Traffic, generierte Leads, Kundenloyalität fördern, steigende Verkäufe oder Aufmerksamkeit erhöhen. Also was glaubt ihr, was haben die Unternehmen gesagt, was das Wichtigste ist für die im ersten Step? Ich würde sagen Aufmerksamkeit und Kundenloyalität. Hätte ich auch gesagt. Deswegen sitzt ihr beiden hier. Also 86 Prozent haben das gesagt. Also dass das deren primäres Ziel mit Social Media ist. So und dann müsste die erste Frage ja eigentlich nicht sein, ey, wie viel haben wir verkauft? Sondern müsste die Frage sein, ey, wie viele Leute haben wir erstmal erreicht? Oder? Ja. Im Umkehrschluss ist das so, genau. So, Nummer zwei, was wollt ihr da sagen? Es ist noch generierte Leads, mehr Traffic, Kundenloyalität fördern, steigende Verkäufe. Was war das Zweite? Mehr Traffic. Ja, das ist ja, das schließt ja das dann. Zum Beispiel für mich ist das das Gleiche. Ja, eigentlich schon. Dennis. Bing, bing, bing. Mein Bruder im Geiste. So und jetzt haben wir noch drei. Kundenloyalität, generierte Leads und steigende Verkäufe. Kundenloyalität? Nee. Nee? Oh. Steigende, hier, steigende Verkäufe. Nee. Nichts. Wollte ich erst sagen, aber ich meine eigentlich das andere. Ja, ja, genau, das meintest du, ne? Das meinte, habe ich auch vergessen, was das war. Also generierte Leads und dann Kundenloyalität und dann erst Verkäufe. Also 55 Prozent, das ist das sozusagen, macht ja auch irgendwie Sinn. Der Verkaufsfunnel ist ja, und das weiß jeder guter Vertriebler, dass der Verkaufsfunnel fängt ja nicht direkt beim Verkaufen an, sondern erst mal muss er wissen, dass es Vorfarmers gibt. Dann setzt er sich ein bisschen mit Vorfarmers auseinander. Dann schaut er sich ein paar Inhalte an. Dann geht er mal auf ein Produkt und dann verkauft er ja erst. Wenn das alles so einfach wäre. Ja, aber ich finde das immer interessant, weil in meiner Bubble ist es auch oftmals so, dass man sich ja für Kommunikation dann auch rechtfertigen muss, ja, warum und so, ne? Und das bringt ja gar nichts verkauftechnisch mäßig, aber Kommunikation spielt ja auf alle fünf Dinge ein. Also auf Awareness, auf Vertrieb, auf Leads generieren, auf Kundenloyalität. Ja, absolut. Und so viel mehr als nur Verkauf. Aber das ist oftmals die, ja, die Kennzahl, woran man gemessen wird im Marketing. Wie ist das bei euch denn so? Wir haben das Thema ja aufgenommen. Auch kann ich mal für unsere Zuhörer ganz transparent sagen, weil das ein Herzensthema von dir ist. Ja. Und wo kommt das Thema bei dir her? Also warum ist dir das so wichtig? Oder warum ist das so relevant bei Vorfarmers? Also es ist nicht nur bei Vorfarmers so relevant, das ist für alle Betriebe, die eine Marketingabteilung haben relevant oder die Produkte verkaufen wollen. Bei uns ist das, also mir ist das so ein Herzensthema in den letzten zwei Jahren geworden, weil ich ins Unternehmen gekommen bin. Und da die Einstellung zum Marketing doch relativ, ja, nicht so offen war wie jetzt, sagen wir es mal so. Herzlich willkommen im Süd-Allenburger Münster. Verschränkte Arme. Nee, wir teilen ja Ideen, aber die werden ja eh erst in fünf Monaten umgesetzt und so weiter und so fort. Also ich bin, ich bin mit wirklich, ich bin, ich hatte ein natürlich tolles Unternehmen, die Kollegen sind super nett, aber im Umsetzen, ja, ins Umsetzen bin ich erst mal gar nicht gekommen. Also ich habe das erste halbe Jahr, denke ich, erst mal nur zugehört. Definitiv. Nur zuhören und Taten folgen lassen. Definitiv. Erst mal Ideen direkt, die ich umsetzen konnte, umsetzen und Vertrauen schaffen. Und dann ist das jetzt in den letzten zwei Jahren so, so gut gewachsen, dass alle sofort Ideen mit mir teilen. Also das ist, habe ich auch immer gesagt, das ist das Allerwichtigste. Ihr seid die Experten auf eurem Gebiet, ich auf meinem Gebiet. Punkt. Ihr müsst aber trotzdem eure Ideen auch mir anliefern, weil sonst weiß ich ja gar nicht, was im Markt jetzt gerade ist. Ihr seid vor Ort, ihr seid im Stall, ihr redet mit den Kunden tagtäglich. Und ihr müsst mit mir zusammenarbeiten und teilt diese Ideen einfach, egal wie es ist. Ruft mich an, schreibt mir per WhatsApp, schreibt mir einen Brief, ich weiß es nicht, aber Hauptsache es erreicht mich. Und dann wird da was mit gemacht, hundertprozentig. Und jetzt ist das so, also die Sales Teams und die Marketingabteilungen sind so eng miteinander verbunden, dass man sich nicht mehr vorstellen kann, dass das mal nicht so war. Cool. Richtig gut. Also in Symbiose, sage ich immer. Wie sagt ihr das? Also per Teams-Meeting oder weil, du hast ja gerade auch schon gesagt, ihr seid europaweit teilweise unterwegs, verstreut in Deutschland, da ist Kommunikation ja super schwierig auch teilweise. Also wenn wir mit unserem Team Themen haben, wir alle an einen Tisch, so wird es jetzt gemacht. Das ist ja bei euch dann anders. Wie läuft das da ab? Ja, also natürlich, wir haben unterschiedliche Tools, um zusammenzuarbeiten, aber das wichtigste Tool ist und bleibt tatsächlich auch persönlich sich an den Tisch zu setzen. Nur so kriegt man es hin. Also dann muss ich mir die Zeit halt nehmen und dann mal nach Nordrhein-Westfalen fahren oder in den Osten in Richtung Berlin. Das ist und bleibt so, aber auch das zweitwichtigste Tool ist das Telefon bei mir. Also einfach anrufen, der Außendienst sitzt den ganzen Tag im Auto oder ist irgendwo im Stall zwischen den Kühen. Ich kann da nicht immer über Teams alles regeln, aber das sind die zwei wichtigsten Sachen eigentlich bei mir. Das persönliche Gespräch und das Telefon und danach kommen erst die anderen Tools, also wie Teams zum Beispiel. Wir haben Teams-Kanäle, wir haben regelmäßige feste Termine, wo wir uns zusammensetzen in unterschiedlichen Gruppen. Feste? Feste Termine. Ich war jetzt gerade bei Party. Feste, ein Fest. Partys haben wir auch, aber da reden wir heute nicht drüber. Das können wir auch gut, aber genau darum geht es. Also erstmal der persönliche Austausch und dann alles Weitere und diese Regelmäßigkeit damit reinbringen, damit die einfach auch diese Zeit haben, um jetzt, jetzt, die nächste halbe Stunde geht es um Marketing und Kommunikation und nichts anderes. Und dann müssen wir und können auch alles loswerden. Ihr beiden, ne? Ihr beiden, ne? Ihr seid so gleich in der Aussage. Also alles, was du gerade gesagt hast, ne? Ist, Julian, eins zu eins. Das habe ich noch nie erlebt, ganz ehrlich. Ohne Scheiß, ne? Ich wollte vorhin sagen, Dennis und ich sitzen hier beide wie dieser Wackeldacke, weißt du, vom Mercedes. So, ja, weil wir fühlen deinen Pain und wir fühlen deine Themen. Ja. Also, weil wir das einfach kennen. Und deswegen finde ich es auch geil, wenn man darüber redet. Definitiv. Weil manchmal denken sich die Leute wahrscheinlich auch, ey, die beiden Hayopas, schon wieder mit ihrem Thema. Ja, aber so ein leichtes Thema, was Julian jeden Tag hat, ist einfach, wenn irgendwas ist, ruf den doch einfach an. Eben einmal telefonieren, das Ding ist gelöst. Alle anderen schreiben halt 8000 E-Mails, dann wird endlich zurückgeschrieben. Lass uns mal einen Call machen. Dann interpretierst du irgendwas in die Mail rein, dass er so ein bisschen sassy ist oder so. Dann denkst du so, ey, was habe ich denn gemacht? Ja, das ist ja auch eine Art Kommunikation. Also, du hast dich entschieden, Leute lieber direkt anzuschreiben und das ist mit Vertrieblern, die auch gerne reden im Normalfall, auch ganz gut. Also, die sind dann im Auto, ey, moin Horst, ich habe da eine Idee oder wollen wir da irgendwas so. Macht ihr das denn dann zusammen? Also, ein Sales-Treffen oder machst du das mit den einzelnen Sparten? Nein, das geht nicht zusammen. Das sind so unterschiedliche Themen. Auch die Landwirte haben ja auch mit Gesetzesänderungen zu kämpfen. Und da ist die Stimmung dann auch immer ganz anders in den Sektoren. Ich hätte nur noch zwei, drei Fragen. Und zwar die erste Frage ist, du hast ja gesagt, du bist angekommen und hast erstmal ein halbes Jahr zugehört und Vertrauen aufgebaut. Es gibt ja, oder es hören ganz viele zu, das weiß ich, die genau die gleiche Situation haben wie du. Ja. Und die einfach vielleicht von dir mal einen Tipp kriegen können, wie du damit umgegangen bist. Weil das ist ja echt immer, ja, Marketing brauchen wir nicht. Und das sind die Damen, die zu Hause oder die im Büro ein bisschen Plakate schnüren, ansonsten Freigeister. Die Spaßabteilung. Genau, Spaßabteilung. Und wie hast du, also gib doch mal einen Tipp, wie man das am besten machen kann, damit man vielleicht doch, und dann ist die zweite Frage, wie hast du die dann doch überzeugt? Ja, also natürlich gibt es die einen, die sind schneller überzeugt als die anderen. Aber was mir gut geholfen hat, neben dem Zuhören ist auch Person XY, ich komme nächste Woche mal mit und fahre meinen ganzen Tag mit. Und dann stelle ich Fragen und dann zeige ich wirklich ehrliches und ernsthaftes Interesse an der Person und an der Arbeit, die sie macht auch und ausführt. Und einfach zeigen, dass ich da bin und auch nicht nur schön im Homeoffice sitze und nur die schönen Arbeiten mache, sondern mich auch dreckig machen kann. Ich kann auch zwischen den Kühen rumlaufen und mich auf den Boden setzen, um gute Aufnahmen von Legehänden zu bekommen. Da muss man extrem viel Geduld für haben. Aber auch einfach mit anpacken können, also mir nicht zu fein sein, mit auf den Hof zu gehen und ja, einfach das, dieses anpacken können, sich dreckig machen können und auf Augenhöhe mit denen auch kommunizieren. Guter Tipp. Ich glaube, viele Marketingleute haben dann auch Angst so ein bisschen, weil du musst ja schon eine Hürde übergehen. So der Vertrieb, der große Vertriebler sagt, das ist alles Blödsinn so mäßig, was ihr da macht mit euren Plakaten. So und dann hast du ja direkt schon so eine Spannungsbeziehung. So und wie du das gemacht hast, du bist ja dann direkt in diese Spannungsbeziehung einfach reingegangen und hast gesagt, ey, ich höre dir zu und ich glaube, viele haben Angst vor dieser Spannungssituation. Die sagen dann lieber, boah, bei da gehe ich besser nicht nochmal rein, ich mache das dann irgendwie. Aber ich verstehe das nicht, weil wir Marketer müssen, versuchen immer Dinge zu verkaufen, ja, aber die meisten können sich nicht selber verkaufen. Das ist ein großer Punkt. Genau, genau. Und ganz ehrlich, wenn man, also was ist teilweise der Kommunikationspunkt, wenn man nicht mit dem Vertrieb spricht, weißt du? Weil du musst ja wissen, was die an der Basis gerade für Themen haben, was die vertreiben, was die Zielgruppe beschäftigt, damit wir das verpacken können zum Kommunizieren. Ja, definitiv. So und da bist du ja vollkommen abhängig von dem, was du an Informationen bekommst. Ja, und auch was du gerade gesagt hast mit dem, mit der Plakatwerbung oder was du auch gerade als Beispiel gesagt hast. Aber da, also solchen Kommentaren entgegne ich dann direkt mit, ja, aber was hast du denn für eine Idee? Dann sag, dann sag doch mal, dann machen wir das. Dann machen wir das genau so. Und dann kann man immer nochmal gucken, ob das wirklich so gut war. Ja, also. Ich finde, man kommt schnell in dieses Rechtfertigen. Und bei meinem vorherigen Arbeitgeber habe ich es einfach, ich konnte immer mit Zahlen rechtfertigen. Ja, sehr gut. So, weißt du? Und da konnte ich dann meine Arbeit mit, da holst du halt nicht jeden mit ab. So wie du das machst, ist eigentlich clever, dass man sagt, ja, was hättest du denn gemacht? Aber das ist mit den Zahlen, Daten, Fakten, bin ich genauso ein Fan von. Also, die menschliche Seite, aber auch Zahlen, Daten, Fakten, total wichtig. Das ist jetzt, das gehört nicht in den Sales-Bereich rein, aber wir haben auch ganz viele Fahrer bei uns im Team, die unbedingt Stellenanzeigen in der Zeitung geschaltet haben wollen, weil unser Mitbewerber das auch macht. So, wir müssen das doch genauso machen wie die. So, und dann habe ich mal die Zahlen, Daten, Fakten rausgeholt. Wollen wir das nicht ein bisschen anders anpacken? Wollen wir es nicht anders machen und besser sein? Und da habe ich die alle, die Jungs da auch von weg geholt. Man kann es ja auch zusätzlich machen. Da hatten wir nämlich auch mal einen Podcast zu gemacht. Schau auf den Mitbewerber, wie macht der das? Und hier im Allmurger Münzland ist es tatsächlich so, dass es einfach nur aus politischen Gründen was. Ja, ja. Und das haben wir in der Folge auch gesagt, ne? Wenn, also, diese MeToo-Strategie verstehe ich voll und ganz, ne? So, aber schaut man sich dann bei, also, wenn ich ein Fußballer bin, schaue ich mir doch nicht bei der Handball-Truppe an, wie die das machen, wenn ich besser werden will im Fußball, sondern ich schaue mir das ab von Bayern München. So, und in Kommunikation… Oder Dortmund. Ja, oder Dortmund. So. Oh. Und Kommunikation, also nichts gegen die LKW-Bubble oder gegen die Handwerker-Bubble oder gegen, keine Ahnung, die Apotheker-Bubble, ne? Die Apotheker sind gut im, also Apotheker sein, aber die sind nicht gut im Kommunikation, also kommunizieren. Und deswegen sollte man sich ja anschauen, was machen Medienunternehmen, was machen Bild, keine Ahnung, RTL Plus, was machen die für Formate? Und die übersetzt man dann für sich. Aber zu gucken, was der Nachbar macht, nur weil er in der gleichen Branche ist, ist nicht sinnig. Ja. Weil, wie gesagt, ich gucke nicht an, was SFN 2 macht beim Training, sondern ich gucke, was Bayern München macht. Und da werde ich nicht hinkommen, aber… Für alle, die es nicht wissen, SFN ist ein Sportverein hier in Fecht. Und Julia ist ein Fan von VfL Eute. Ey, da produzieren wir übrigens den Podcast für, wenn ihr da mal reinhören wollt. Ja, ja. Sehr, sehr interessant. Werbung, Werbung, Werbung. Werbung Ende. Was ist, was sind deine aktuellen Projekte? Wie viel Zeit haben wir? Und was ist noch geplant? Das ist die zweite Frage. Wie viel Zeit haben wir? Nimm dir einfach drei Minuten pro Antwort. Okay. Also, wir gehen nächstes Jahr definitiv mehr weg von dem, was machen wir, sondern wie machen wir das. Wie arbeiten wir mit Kunden, um uns einfach auch deutlich abzusetzen von das, was wir letztens auch im Marketing-Meeting nochmal gelernt haben, beziehungsweise nochmal wieder mit aufgegriffen haben, dass es wichtig ist, auch andere Wörter in der Kommunikation zu nutzen, nicht die Standardbegriffe qualitativ hochwertiges Futter, innovativ, nachhaltig. Ja, ganz wichtig. Das macht jeder inzwischen. Und das ist so, würde ich jetzt mal sagen, sektorenübergreifend. Und dann auch im Hinblick auf das Employer-Branding. Also, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Da spielt der Faktor Nachhaltigkeit genauso ein, also ist genauso wichtig. Und da wollen wir auch noch die jetzt frische, neue Employer-Branding-Kampagne noch weiter ausbauen und ausarbeiten. Cool. Da ist schon einiges zu tun. Das war so ein kleiner Teil. Also, wir haben wirklich viel zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Kollegen so viel Input liefern. Was mich ja nochmal interessieren würde, wir haben ja ein neues Konzept erschaffen, das heißt Pre-Boarding oder Onboarding. Ja, also Ressourcen freischaffen für neue Kollegen zum Beispiel, also die neue Kollegen eingearbeitet haben. Ist das ein Thema bei euch? Pre-Boarding, Onboarding? Ja, definitiv. Also, das haben wir ja alles automatisiert quasi. Wir haben unsere Abläufe, wir haben auch die Systeme dafür, dass alles eigentlich durchgetaktet ist. Ist das auch ein Teil von Marketing eigentlich? Im Hinblick auf, wie begrüßen wir denn einen neuen Kollegen? Also, wir kriegen, jeder neue Kollege von uns kriegt ein Willkommenspaket eine Woche vorher. Also, mit Geschenken, mit Merch. Ihr beiden habt euch noch abgesprochen. Ich höre es dir. In der letzten Folge habe ich das, genau das, ja. Ich habe das, ja genau, ich wiederhole nur Julian. Sehr gut. Ja, genau. Nein, aber interne Kommunikation ist auch Teil vom Marketing. Ja, ja, wir haben auch ein riesen Intranet, das brauchen wir auch einfach, damit alle Kollegen abgeholt werden. Ja, sehr, sehr cool. Also, wird es dir nicht langweilig? Das ist ja schon mal positiv zu wissen. Wie viele Kollegen hast du bei dir im Team? Im Marketing-Team? Eine Kollegin und eine Auszubildende. Okay, ihr seid börsennotierter Verein, ihr habt zwei Mark in Deutschland. Das schneiden wir aus und schicken meinem Chef, okay? Können wir nochmal drüber reden. Gehaltserhöhung. Ja. Aber echt cool. Ja, also, das Gute ist ja bei uns, dass wir noch die Zentrale im Background haben, die stärkt uns den Rücken mit deren Marketing- und Kommunikationsabteilung. Also, da können wir auch nochmal Ressourcen nutzen, wenn wir Fragen haben, wenn wir Projekte haben, das ist auch unbedingt notwendig. Ja, und ich muss sagen, also, das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal hier im Podcast als Thema, die Branche, wo ihr drin seid, ist ja eigentlich richtig cool, weil es emotional ist. Aber die Branche scheut sich vor Kommunikation. Ja, definitiv. Und da muss man echt, ich frage mich immer von meiner Freundin, der Onkel ist auch Landwirt und der ist super stolz darauf, die haben tippitoppi Hof, die haben fünf jüngere Kinder. Ja, so, und das ist, also, da kann man auch stolz sein und das zeigen, so, aber ich habe das Gefühl, die trauen sich nicht, weil sie Angst haben, dass sie Angriffsfläche für ihre Arbeit bieten, was ja total hohl ist, weil wir essen ja alle, also, du isst Fleisch, ich esse Fleisch, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Definitiv. Und irgendwo kommt das ja her, so, und deswegen ist es auch ein super sensibles Thema zu kommunizieren. Wir haben jetzt alle drei gesagt, dass wir Fleisch essen, ne? Einfach, um die Diversität hier auch im Office nochmal kundzutun, Johannes, der gerade den Live-Mitschnitt macht, isst kein Fleisch. Also, ne? Vegan. Vegan, genau. Auch wichtig mal zu sagen, nicht, dass wir ja denken, wir essen ja alle, da muss man heutzutage aufpassen. Müssen wir uns entschuldigen? Naja, nein. Ich definitiv nicht. Nein, so, genau. Aber das ist ja, genau, das ist ein Thema. Das ist gerade in der Öffentlichkeit ein Thema, wie man es kommuniziert. Und manchmal, wenn man in so einer Runde ist und man sagt ja, also, alle sagen, ja, ich bin vegan, ich mache das und hier. Und dann kommt die Story über das getötete Tier und ich sage dann, ja, ich esse gerne mal eine Bratwurst, dann hat man ja schon, dann fühlt man sich ja schon schlecht. Weißt du, dann will man das ja schon gar nicht mehr sagen, dass man, ich hatte neulich einen Podcast-Kollege hier, der wollte partout nicht sagen, dass seine Leidenschaft Jäger ist. Oh. Weil er Angst hatte, dass sie dann in seine Firma kommen und dann beschmieren hier, du tötest das Re-Kit oder so. Oh ja. Deswegen, also es ist sensibel, aber das wäre eine Folge für sich selber, ne? Weil das Thema wurde halt, es gibt ja teilweise immer zwei Seiten und das wurde halt eher kommuniziert von der einen Seite und ich sage mal, eure Seite hat da nicht so wirklich gegengehalten und nichts gesagt. Und da hatte ich auch ein längeres Gespräch mit der Geschäftsführerin von Landschaft Werte, die versuchen ja mit ihrer Kommunikation da ein bisschen gegenzusteuern, weil das Bild, was du schon gesagt hast, wurde schon gemalt. Ja. So wie beim Klimawandel, da gibt es Bilder zu, wie beim E-Autos, Abbau gibt es Bilder zu und das gibt es bei dem Thema halt auch schon, ne? Ja, habt ihr sensible Themen, wo du sagst, da bin ich vorsichtig bei der Kommunikation nach außen? Ja. Also gerade im Marketing muss man ja … Ja, ja, auf jeden Fall. Also, dass mir das Wichtigste ist, weil wir arbeiten ja nicht oder ich arbeite nicht nur mit meinen Kollegen zusammen für Videos und Bilder, sondern unsere Kunden müssen uns da auch irgendwie teilweise und wollen auch gerne unterstützen, nicht nur für Fachbeiträge in Fachzeitschriften, sondern halt auch für die Social Media Beiträge. Und das machen die auch relativ gerne und da komme ich mit denen natürlich auch in Kontakt und immer wieder ins Gespräch und die sind alle, genauso wie du gesagt hast, die sind alle so stolz und die gehören nicht zu den schwarzen Schafen, weil überall in jedem Bereich, auch in unserem Bereich, gibt es schwarze Schafe, die das nicht so sehen wie wir, weil wir sind nicht die schwarzen Schafe. Sagen alle dunkel, aber … Aber das ist ein Thema und die wissen einfach nicht ganz, ganz genau, wie machen wir das, wie sollen wir das anpacken. Das ist auch bestimmt Angst, weil sie nicht wissen, wie. Ja. Wie am besten. Ja, und ich, also ich kann die Angst, kann ich ja verstehen, aber dann darf man sich halt nicht beschweren, wenn wer anderes die Geschichte dann halt erzählt. Ja. Und das ist halt das Thema. Ich kann das verstehen, aber man kann auch sagen, was man macht so und … Ja, ich finde, das ist halt Kommunikation pur, ne? Das hast du auch in Brüssel kennengelernt. Die Einweglobby und die Mehrweglobby, wer hat am meisten Geschichte, wer hat am meisten Kommunikationskraft und so, wird es halt nach außen getragen. Ja. Also da bist du wahrscheinlich jetzt nicht so im Thema drin, aber da haben wir für eine Firma richtig Radau gemacht, weil es da auch die Einwegbubble kommuniziert. Die haben halt sehr große Budgets, weil es die schon sehr lange gibt. Ja. Und Mehrweg, das ist ja eher so ein deutsches Thema, hier mit Pfandflaschen und so, das ist nicht so riesig. Und die haben halt nicht so eine starke Kraft, Sachen zu kommunizieren. Und die sind dann halt erst mal leiser. Und dann ist das Thema halt auch leiser, ne? Das ist ja teilweise so. Also halten wir mal fest. Totale Kompetenz hier am Tisch. Danke, dass ihr beiden gleich seid. Das freut mich gerade total. Also wichtig fand ich die Idee von dir, wenn man neu ist, dass man, also dass man spricht mit dem Sales, also mit den Außendienstlern, dass man eine Wertschätzung denen auch gegenüber gibt und beweist, dass man nicht nur auf den Tischen tanzt. Und die nächste Weihnachtsfeier vorbereitet mit einem schönen Plakat, sondern dass man auch mehr drauf hat. Finde ich, fand ich eine ganz wichtige, also für mich, also grundsätzlich eine ganz wichtige Information auch für viele. Und ich glaube, bei dir ist es so, wir haben uns ja auch noch nicht, wir kennen es noch nicht so lange, sozusagen. Ich bin total begeistert von deiner Art. Du bist sehr erfrischend. Ja? Ich glaube, das ist auch wichtig. Das ist auch das, was du gut kannst. Kommunizieren. Du lachst, du nimmst Leute ernst. Also wir haben uns am Tisch getroffen, wir haben sofort gequatscht so. Und ich glaube, das muss man auch sagen, dass das auch eine wichtige Art und Weise ist zu kommunizieren. Und das finde ich, fand ich für mich sehr erfrischend. Also wenn ihr mal gucken wollt, wo die Lea arbeitet, kann man euch irgendwo erreichen, kann man euch sehen. www.forpharmers.de oder? Genau so. Achso, bist du bei LinkedIn? Bei LinkedIn bin ich auch. Bei Instagram könnt ihr uns folgen. Bei Facebook natürlich auch. Hast du eigentlich auch Hobbys? Ich habe auch Hobbys, ja. Dann hau mal, ich will einmal, was machst du? Also meine große Leidenschaft ist natürlich mein Hund. Da stecke ich ganz viel Zeit rein. Was für einen hast du denn? Ein Australian Shepherd Mix. Ah, okay. Ganz aktiv. Und ich gehe auch leidenschaftlich gern zum Sport. Also oft und viel. Und wo bist du da? Bist du jeden Fechter? Ja, beim Benefit. Ach, wie jeder. Jeder Fechter ist beim Benefit. Nee, Julian ist Sentiness. Sentiness. Ja, super. Ich nutze immer die Treppe bei mir zu Hause und gehe einfach hoch und runter. So, und dann habe ich einfach Sport gemacht. Johannes, wo bist du eigentlich? Sentiness? Wir beide. Ah, das ist ein Punkt. So, bitte. Ich fahre immer mit meinem E-Bike zur Arbeit. Achso, einer bist du. Ja, genau. Nee, aber ich möchte auch noch eine Sache sagen. Ja, ich habe auch, ja, genau. Wir machen das so. Ich sage jetzt noch, du. Ich habe noch eine Frage. Genau, und Lea macht das Schlusswort für heute. Okay. Und verabschiedet unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja. Also ich muss sagen, das, was du gerade gesagt hast, ist mir jetzt gerade erst so wirklich bewusst geworden. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man zuhört, erst mal bevor du rausballerst in dieser Beziehung. Immer. Und auch das Emotionale, dass man wirklich erst mal die Wertschätzung gibt, bevor man raushaut. Und ich bin die coolste, beste Marketing-Dame, die ihr jetzt habt. Und das sollte, glaube ich, die Quintessenz der heutigen Folge einfach sein. Ja, das wollte ich nur sagen. Ist doch schön. Schön, dass du es gesagt hast. Ja, ist mir reingeballert und dann wollte ich es auch rauskommen. Ja, das finde ich doch immer schön. Ich habe noch eine Frage, du kennst uns ja jetzt auch als Firma. Ja. Hast du, wie hast du uns kennengelernt? Durch das Event oder hast du vorher schon mal geguckt oder was von uns gehört? Nee, vorher noch tatsächlich gar nicht. Ja, wir sind ja so frisch wie das Hühnchen aus dem Ei gesprungen sozusagen. Und wenn du jetzt sagen würdest, ah, die Jungs, die finde ich irgendwie ganz cool. Wofür würdest du uns anrufen und sagen, ey, könnt ihr uns, könnt ihr mich da unterstützen? Auf jeden Fall für das Influencer-Marketing. Da, wo wir vorhin auch noch mal drüber gesprochen haben, dass der Ansatz von Julian hat mir da ganz gut gefallen. Und dass man da einmal eine kompetente Firma an der Seite hat, die einen da, ja, so einen Fahrplan bereitet. Also das eigene Influencer-Marketing. Das eigene Influencer-Marketing. Also unabhängig von externen Influencern sein. Ja, wir sind ja eigentlich nur Nachbarn, ne? Ja. Obwohl Langförden ist das Nachbar. Ja, das gehört zu Fechtern, ne? Das gehört zu Fechtern, okay. So. Ist man eigentlich aus Fechtern? Ich wohne im Barkum. Also kommst du da auch her oder wohnst du da? Ja, meine Eltern wohnen da auch. Nee. Echt? Ja. Gibt's ja nicht. Ja, dafür bist du ja viel zu offen. Und also, wenn man hier in Norddeutschland wohnt, dann ist man eher so, weiß ich, geschlossener. Also ich hätte jetzt gesagt, du kommst aus Holland. Ja, ein Teil von mir. Ja, also ich bin inzwischen, mein Herz ist halb Holland, halb Deutschland. Dankjewel heißt doch danke, ne? Ja, dankjewel. Dankjewel. Und Gesundheit heißt doch Prost, ne? Ja, ja, genau. Gesundheit. Das ist total super. So, wir wollen nicht lange schnacken. Danke Johannes, danke Julian, danke Lea, aber du hast das letzte Wort, das hatten wir auch noch nie, aber du darfst das letzte Wort von dir geben. Ja, ich glaube, ich möchte das auch nochmal zusammenfassen. Also möchtest du gut kommunizieren, musst du erst gut zuhören. Ich bin all alone, und I know nothing to do, helps me forget about you, you just get rid of the blue, if you only know. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020